Hallo Leute, herzlich willkommen zu Kochlust. Hier sind wir wieder nach unserer Babypause und heute kommen wir wieder. Juhu. Und heute kocht gleich mein super toller, inzwischen ja schon nicht mehr Schatz, also schon noch Schatz, aber inzwischen Frau. Und sie kocht heute was sehr sehr leckeres wieder. Was kocht du? Spinatspätzchen, Spatzeln. Das klingt jetzt noch ein bisschen langweilig, aber es geht weiter mit? Schinkenrams, Schwammeln, Champignons, aber richtig gute Champignons und Tomaten. Das sind so kleine Tomatenstückchen. Das wird Hammer. Das ist eine Kombination mit Käse, Baumstern, oben drüber. Wow. Das müsst ihr euch ansehen, Leute. Ich der neue Blindermensch. Ja, ihr habt es ja beraten und für diese Brille hat sie sich entschieden. Für die Brille Nummer 3, die war gar nicht zur Auswahl, ist sie eigentlich Brille Nummer 1 ein bisschen kleiner, gell? Ja. Tolle Brille. So, dann fangen wir mal an. Ja, ich mag wahrscheinlich wieder mal deine Tomaten. Ja, bitte. Aber zuerst bitte Wasser. Wasser? Okay. Doch, voll. Dann mach. Du mal. Das halbe hat da wieder mal nicht hergerichtet. Das halbe. Alles, was hier steht, Leute, habe ich hergerichtet. Während sie mal kurz spazieren war draußen. Blümchen, Blümchen. Ja, beim Schnee. Ja, ja, wie Eisblumen. Was? Du Brunser hat es am 2. April, ich glaube, 10 cm Schnee gegeben. Wahnsinn. Das ist kein April, Schatz. Das ist wirklich warm. Ja. So. So. Wir waren jetzt aber wirklich lange weg, Leute. Drücken 5-6 Wochen, haben wir ja gesagt, wegen Babypause. Und ab jetzt sind wir wieder da. Wieder jeden Freitag 13 Uhr, Leute. Wie immer. Und zwar... Wo ist denn mein Holzkoch... Dein Holzkoch-Löffel? Ah, den hat's... Ah, den hat... Nein, den hat unser Sohn gemacht. Ach, scheiße. Den gibt's nicht mehr. Oh je, mit was sollt ihr denn das so tun? Ja, dann nehmen wir so was. Und folgendes, uns gibt's jetzt wieder jeden Freitag 13 Uhr, wie immer. Nur machen wir es jetzt ein bisschen anders. Wir haben ein bisschen mehr zu tun auch jetzt. Wir machen immer jede Woche am Freitag da jetzt nur ein langes Video, wie immer. Und die zweite Woche dann auch dann ein kurzes Video. Die Kurzvideos habe ich zwar gesehen, die sind eh sehr, sehr gefragt und kommen gut an. Dann machen wir das immer im Wechsel. Heute wieder ein langes Video. Nächste Woche ein kurzes, dann wieder ein längeres, dann wieder ein kurzes. So, jetzt fangen wir mal an, weil sonst denken sich die Leute was spricht denn hier. Ja, aber jetzt waren wir erst so lange weg, da muss man... Das ist doch... Das ist ja, wenn ich einen jetzt lange nicht gesehen habe und ich treffe den wieder, dann habe ich den viel zu erzählen. Und ich den natürlich jeden Tag sehe, sag ich, ja, heil, hau ab. Weißt ja. Ich muss euch noch was erzählen, was mir im Urlaub passiert ist, Leute. Jetzt nichts machen. Was dann? Ich wollte gerade... Ja, dann erzähl dir mal, was mir da passiert ist. Nein, nein, nein. Also dieses Spätzchen dauernd, glaube ich, reinstehen. Nein, das ist da mir nicht drin gewesen, das möchte ich gar nicht sagen. Okay, ja. Also, hier kommen mal Spinat rein. Achso, warte, Moment. 450 Gramm Spinat nehme ich immer, bisschen mehr, dann wird der Teig fester. Was ist da? Ah, jetzt auch. Ja. Also 450 Woll, da kann ich mich aussehen. Aber das... Ihr dürft nicht vergessen, den Spinat schon am Vormittag rauszunehmen. Wie ist der Spätzchen? Zu aufdauern. Ja, äh, äh, mein Schatz hat es jetzt ja vergessen, drum ist der Habe ich ja nicht. Schau, er ist noch nicht gefroren. Ja, aber er hätte gekürt, ein bisschen länger sein. Du hast die noch nie gemacht, also sprich nicht. Nein, du bist ja der Spinat. Aber ich habe heute zu Ehren, äh, das Spinat ist extra in den grünen Pullover angezogen, dass ich auch ein bisschen spinatig aussehe. Das ist ganz einfach. Hier brauchen wir nur 450 Gramm Spinat. Ja, hier hast du das Mehl. Achso, ich muss ja arbeiten. Und einen halben Kilo Mehl. So, das kannst du ja ein bisschen da machen, dann sieht man das super. Einen halben Kilo Mehl. Schauen, ob ich... Fast schaue, fast habe ich es geschafft. Habe ich dir genau einen halben Kilo hergerichtet. Super, gell? Ich bin schon ein toller Hecht. Ein toller Knecht. Ja. Bei der Induktionsherde kann man sich auch verletzen, Leute. Wisst ihr das? Ja, das war die Tragödie von ich werde sprechen mit. Nein, das ist eine andere Tragödie, aber auch eine Tragödie. Jetzt warte noch mal. Ich zeige dir gerade mal den Teig. Ja, okay. Wir wollen ja keine Horrorgeschichten erzählen, Leute. Und vier Eier. Spanien Tragödie für Halloween auch. Und vier Eier. Ja, ja. Habe ich dir genau hergerichtet. Ja. Schön, dass du bis vier zählen kannst. Ich kann es wieder weiter zählen. Bist ihr meinen Arsch im Wege? Sein Arsch stört den Knie. So. Hoppa. Tomaten hast du, glaube ich, 150 Gramm und die müssen geschält werden. Ja. Kannst du in heißes Wasser gucken, man sieht was. Oh, von wem hast du denn das? Von mir selbst. Oh. So. So. Das ist wichtig, Leute. Wir haben es einmal probiert. Mit schon gekauften in der Dose, die geschälten Tomaten. Das ist aber nicht so super, oder? Von Geschmack top, aber optisch ist das ein bisschen nicht so der Punkt, ja. Und mein Salz. Und das war der Teig schon, Leute. So. Jetzt habe ich leider meinen Dings nicht mehr. Den Holzlöffel. Ja, das war mein Lieblingslöffel. Ja, du hast eh drei Wochen Geburtstag. Ja, schenk ich mir einen. Habe ich schon geschenkt für dich. Ich bin ich eh noch ein Rätsel. Leute, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ich meiner Frau zum Geburtstag schenke. Und ich habe dieses Jahr keine Ahnung. Ein Kochschirze. Ja, das wäre auch eine Idee. Aber das ist ja keine Überraschung. Vielleicht schreibt ihr mir ein paar Tipps, dass sie schadet in ihr YouTube rein. Also sie lest das nicht. Keine Sauber. So. Mein Holzlöffel war einfach. Ich war eigentlich so verliebt. Jetzt ist er kaputt. Weil unser Sohn da mit Schlagzeug gespielt hat. Du liebst den mehr wie ich. Ich sehe es schon kaum. Ich bin irgendwann mal in der Schublade hier reingequetscht und der Löffel schläft bei ihrem Bett mit. Ja. Also Tomaten, Leute, das kennt ihr sicher schon. Alter Trick. Ich sage es nochmal. Für die Leute, die erst einsteigen. Einfach mit heißem Wasser kochendes Wasser übergießen, davor einritzen und dann löst sich die Schale super. Das geht super. Ja, derweil kannst du hier schon ein Schinken schlippen. Ich muss ja nicht die Tomaten schälen. Ja. Ich dachte, ich schäle die Tomaten, du machst den Rest. Das ist so gut. So. Dann müsst ihr so lange schlagen. Was ist meine Kamera da? Hier da, da, zeig es da runter. Warte, du dir mal die Tomaten weg. Ja, du mal deine Tomaten weg. Dass keine Klumpen drin sind und ganz fest durchschlagen, dass da kein Mehl mehr drin ist. Weil wenn da noch Mehl zu sehen ist, dann geht das nicht gut. Und... Apropos Mehl, wenn du einen Schaber brauchst... Ja, wir haben einen Schaber. Ich habe einen Schaber. Dann möchten wir uns nochmal ganz herrlich, äh, herrtlich, herrtlich beim Klaus bedanken. Danke, Klaus. Klaus, danke. Bist spitze. Hat uns ein paar tolle Schaber geschickt. Und, wenn wir schon beim Bedanken sind... Moment. Oh, jetzt holt er gleich seine Dankes Liste. Nein, nein, nein. Hier ist es, Leute. Wenn ihr mal Gas geben wollt. Und richtig scharfe, geiles Soßen. Hat mir der Sascha geschenkt. Der Fire Pit. Fire Pit Soßen, also die sind... Habt ihr mir mal geschickt. Und die sind absolut... Ich kann die so empfehlen. Also am Anfang, wenn ihr die das erste Mal gesehen habt. Da meint ihr euch, haut das Beuschel raus. Aber, äh, man gewöhnt sich an die Schärfe. Die sind richtig, äh, die brennen nicht lange nach. Das ist die Qualitätsschärfe. Richtig super. Schaut, ich werde mal einen Blick rein tun. Schaut euch das mal an. Schaut euch an. So. Nein, ich wollte die Tomaten schälen. Ja, bis du die Tomaten geschält hast, ist Topfen und Malz verloren. Also, hier so sieht der fertige Teig aus. Ja. Bitteschön. Brauchst du die Tomaten? Auf dem Schneidbrett? Nein, ja, die musst du dann klein schneiden. Auf dem Schneidbrett, ja. Nein, okay. Ich tue sie jetzt so rauf. Aber ich bräuchte jetzt ein bisschen... Dein Wasser kocht anderen Platz. Ich geh dann da rüber. Hier hat einen Platz, aber... Ich geh auf meinen Platz. Huh, 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 huh. Wie so ein Hund. Boah, da kocht's ja volle Kanne. Was hast du denn noch getan? So. Ja, ich hab auf schnell Bauerstufe geschaltet. Dass da ein bisschen Gas gibt, weil's eh... Ja, wenn die Soße noch nicht bleibt. Ja, ja. So. Ja, eben, du hast gesagt, als allererstes kochen wir sofort was. Ja, weil das nicht am längsten dauert. Ich hab nix gesagt. Du hast nix von Salze gesagt. Du hast mir nur gesagt, kauf mir Wasser bitte. Okay, ich fall kurz weg hier. Bin schon weg. Und wie schon bei den Käsespätzchen. Machen wir das jetzt hier. Also, du magst die schon, hm? Das geht ja schnell heute. Ja, ich muss ja nicht beeilen, falls die Kinder hungrig werden. Ich habe übrigens noch ein Geheimtipp für euch Leute. Ein super Geheimtipp. Und zwar, für alle Leute von euch, was Senf mögen, und ich glaube Senf ist ja wirklich eine geile Sache, das sind ja viele. Ich habe Senf entdeckt, der ist unschlagbar geil. Meiner Meinung nach der beste Senf der Welt. Was sagst du, Schatz? Der beste Senf der Welt, das kann ich nicht sagen. Ich habe bis jetzt noch nicht so viele gekostet, aber der ist genialigster. Also, er ist von allem, was du je gekostet hast, der genialste, oder? Ja, kann man sagen. Ich zeige euch gleich, wie der heißt und wo es den gibt. Kostet 1,50 Euro, das ist teuer. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob es das in Deutschland gibt. Schau. Hast du schon nachgeschaut? Na, habe ich nicht, aber Lidl, glaube ich, kommt doch von Deutschland, oder? Ja, aber die haben ja nicht immer die gleichen Sachen. Ja, ich glaube schon. Und zwar ist der von Lidl. Ich bin so begeistert, den musste ich euch zeigen, Leute. Das ist Deluxe im Don Senf Sauce Feiger. Und der ist so sensationell geil. Da braucht ihr gar keine Wurst mehr. Ich habe mir den jetzt alleine auf Brot gestrichen, ohne Wurst. Der ist so genial. Der Senf ist ein bisschen blöd zu öffnen. Sieht man eben, wie der da drin aussieht. Ihr denkt jetzt, ah, Feiger ist wahrscheinlich nur süß. Aber der ist auch scharf. Und süß zugleich. Der sieht aus wie die angekackten Winteln von unserem Kleinen. Ja, aber... Ah! Ach so. Lasch mal die Tomaten! Mh, Zwischendurchs und Sen. Hammer. Die Tomaten, ja, die habe ich schon geschält. Die sind schon her. Soll ich die dir klein hacken, schneiden? Ja, bitte. Natürlich. Eine Pfanne können wir auch gleich nehmen. Eine Zwiebel liegt auch da? Ja, die kann man auch. Die hättest du ja schon gekämpft aufschneiden. Ich bin doch kein Aufschneider. So. Wie magst du den Tomaten? Richtig klein geschnitten? Ja, so Würfel. Würfel? Könnt man eigentlich ein nicerreißer nehmen. Aber ich zeige euch lieber, wie es so geht. Hast du mir den wieder vertragen, oder? Der Schaumlöffel? Der Schaumlöffel ist oben. Ja, wo oben? Im Unterland, oder was? Ja. Also Frauen, Frauen, Frauen. Ja. Habt ihr mal das gesehen? Wenn da jetzt ein paar Schuhe... Schau jetzt. Ah! Oh! 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 Leute, das ist super, super. Mein Induktionsherd, Leute, schaut mal. Holst du mir noch einen Fetzen, da kann man das einfach wegwischen. Hätte man jetzt einen normalen Herd, das wäre eine Sauerei gewesen. Ihr kennt ja, das kocht über, das hätte angebrannt, das hätte gestunken, wahrscheinlich der Feuermelder. Und hier nimmt man das Wasser und wischt es weg. Ja, das war alles deine Schuld. Jetzt kommst du mit 100 Fetzen. Einer ist genug. Vielleicht passiert noch was. Nein, also eben Leute, ihr seht, Induktion hat super Vorteile. Ha, Schatz, bist du wieder froh? Ja, Gott sei Dank. Man kann sagen, Induktionsherd ist braun, ist sicher. Aber reicht jetzt das ganze Wasser weg, oder? Geh mal weg. Ja, ja, ja. Meine Spatzeln. Na, wasch ich ja. Oh, geiler. Entschuldigung. Gott sei Dank ist mir nichts passiert. Hallig. Ja, weil er mir dann versteckt hat, habt ihr mal gesehen, das ist so eine Horrorgeschichte. Ja, okay. Jetzt kannst du dir erzählen. Nein, jetzt muss ich was anderes sagen. Die Frau und Dicke, die hat jetzt gesehen, sie hat hier reingeschaut, hatte denn diesen, was ist das, ein Abseier? Schaumlöffel. Ja, weil ich dann immer dein zweites Kästchen habe. Da ist da gar kein Schaum drauf. Auf alle Fälle, sie hat diesen Schaumlöffel gesucht und hat ihn nicht gefunden. Ich bin mir zu 100% sicher, wenn da dringend jetzt ein paar Schuhe gewesen wären. Na, er hat mehr Schuhe wie ich und redet von Schuhen. Das ist ja überhaupt. Was? Ich habe ein paar Hauspfutschen? Ja, und er hat 20 paar Durnschuhe und zwei Dreckchingschuhe und... Ich habe ein Wanderschuh. Na, dann soll ich sie mal alle hereintragen. Nein. Ich habe einen Schneeschuh. Ich meine, das braucht man halt natürlich, nicht? Man ist ja ein bisschen unterwegs. Aber ich habe für jede Anwendung einen Schuh. Und ich, ich habe... Ja, du hast 100.000 Schuhe. Ich habe vielleicht zwei Barsch. Du hättest ja mehr Schuhe gern. Du hast das Pech, dass dir keiner passt. Und deswegen ziehst du dich an und bist neidisch. Sagen wir es so, oder? Deswegen habe ich Hornhaut auf den Füßen. Man, die Spatzel schauen schon super aus. Ich koste mal. Ja, so sind sie noch nicht so. Da gehört Parmesan drin. Stimmt, da fehlt noch ein bisschen der Kick, der Geschmack. Ist jetzt auch nicht so, Leute, dass das so richtig nach Spinat schmeckt. Also nicht, dass er meint, ich bin nicht so ein Spinat-Fan. Das Video kommt eh ein bisschen zu spät. Das hätten wir am grünen Donnerstag machen sollen. Ja, natürlich. Spinat-Spatz, ich bin grüner. Ja, hinter den Ohren bist du vielleicht ein bisschen grün. Dein Schinken auch schmeckt? Ja, zuerst den Zwiebel, bitte. Ja, aber den Zwiebeln muss man als erstes anbraten. Ja, das mache ich ja so ruckzuck, so schnell. Kannst du doch gar nicht schauern. Brauchst du denn Zwiebeln ganz klein? Ja, fein gehackt. Okay. Nein, ebenfalls kein Spinat, nö. Da ist Spinat drin, das für das... Schaut ja auch immer in der Sendung auf, Fox. Das ist das optische, das grüne. Ja, warte kurz vor dem Fox. Ja. Ich möchte nicht, dass die Leute Angst haben vor dem Spinat, weil meine Freundin hasst Spinat. Die isst keinen Spinat. Ja, ich esse Spinat. Und das ist eins von Ihren Gerichten, was sie am öftesten macht und was sie richtig gerne hat. Weil man ihnen nicht schmeckt eigentlich. Ja, ich mag auch Spinatknödel, aber bloßen... Sie sind nur so ein bisschen optisch. Bloßen Spinat... Ja, ich liebe bloßen Spinat auf so einen Tisch, das ist Hammer. Bloßen, wie sagt man immer noch? Reimen. Na, bloßen. Bei uns sagt man blößen. Blößen werde ich ja weg. Ich tue mich an blößen, ist wieder was anderes. Bloßen, bloßen klingt ein bisschen... Ja, bloßen gibt es auch. Das ist jetzt was ganz anderes. Nein, nein, bloßen. Bloßen Spinat, das hast du schon richtig. Oder pure. Spinat pure. Ich sag ja nicht. Was für eine Rutschzwiebel. Oh, ich werde mir gleich in den Finger schneiden, Leute. Ja, ich hole schon mal die Pflaster. Die war am öftesten blau. So. Der ist so rutschig, der Zwiebel. Das ist ja ganz gefährlich. Wo ist denn der Teig schon, Araline? Da habe ich sie hier hingestellt. Einen kleinen Moment, Moment. Nein, habe ich da hinten. Nein, hier bitte. Ich habe ihn da schon her. Ja, aber hier habe ich auch. Ja, ich brauche nicht hunderte. Mann, 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 Mann. Du bist immer schlimmer. Nein, ich bin wie ein Wein. Ich werde immer besser. Je älter ich werde, desto mehr wirst du mich lieb. Weißt du? Ich bin doch dein Schatz. Ja, ja. Ich bin ja mal ein Küsschen. Ich habe so ein bisschen. Ein Kuss auf die Nuss, ja. Morgen ist der Osterhaus. Nein, morgen, was ist morgen? Ja, morgen ist... Also wir haben jetzt Samstag. Vielleicht ist es schon Freitag, Leute. Aber wir haben das am Samstag. Machen wir das jetzt schon. Morgen ist Ostern. Und da wünschen wir euch... Oh, Ostern geht ja nicht. Ihr seht, dass das spät. Ach, das ist. Aber ich bin gespannt, wenn das jemand nachkocht, wie es ihm schmeckt. Weil ich habe mir am Anfang auch immer gedacht, das ist doch total anweilig. So ein bisschen Spinatsch. Aber das am geilsten sind einfach die Tomaten, muss ich sagen. Die Tomaten sind schön. Das ist so Hammer. Hammer. Ich liebe dieses Essen. Dieses Essen ist richtig nett. Welches Essen liebst du denn nicht? Nur bist du nebenbei. Es gibt vieles, was ich nicht so mag. Zum Beispiel. Ja. Wer das errät, Leute, der kriegt von mir ein Geschenk. Nein, es gibt schon was. Warte mal. Das stimmt aber weich. Das gibt echt nichts. Ja, eben. Doch. In der Wein, Leute. In der Wein mag ich nicht. Das ist nicht bei mir. Ich mag zwar Leberknöten und das super gerne. Ja, in der Wein. Ja, das schon. Also guck mal. Aber so wie so, was gibt es denn da? So gebratenes Herz. Ah, das ist nichts für mich. Gebratenes Herz. Ja, das mag ich nicht. Aber sonst bin ich echt. Also mein Magen ist einfach. Mein Magen kann das gut verfragen. Was hast du nun von Zwiebel geschneiden? Ja, ich muss dich sagen, du musst dann später saugen. Ich weiß auch nicht. Das Messer muss ich immer mal schauen. Nach dem kann man immer eine neue Küche kaufen. Fast. Ja, ich bin doch der heimliche... Schäme. Nein, das nicht. Aber der heimliche Staubsauger vertreten. Brauchst du jetzt den Schinken noch? Ja. Den auch so klein oder in Schreifen? Wieso hausten wir das alles zusammen hier? So. Was soll denn das? Das ist doch nicht so heiklich. Ja, du weißt ja. Den Schinken, den Schreifen, den Würfel. Ja, so. Warte, ich zeige es dir mal. Oh. Moment, Moment. Das muss ich jetzt da... Dusche denn, du? So. Jetzt zeige ich dir das mal. So. Geh weich mal ein bisschen. Ja, ja. So dünn, ja? Ja, oh, gut, dass du mir das zeigst. Das hättest du mir echt nicht sagen gekannt. Also, ja. Ja, aber wie breit jetzt das halbieren? Oder meinst du so? Meinst du so? Nein! Du meinst Würfel. Würfel schneiden. So klein hätte ich es gerne. Ja, Würfel schneiden. Ist ja ganz einfach. Aber schön. Ja, du hättest gekannt sagen, schneiden wir Würfel oder please cut me some craters, please. Habt ihr mal gesehen, wie ist Schandler? Wie schief er wie sagt er? Schandler ist hässlich. Wie hässlich die sind? Wir könnten ja hier mal so einen Kurs machen. Wir könnten jetzt eigentlich in jedem Video ein Wort von unserer Sprache, als wir hier so quatschen, euch sagen und übersetzen. Und irgendwann kommt er mal hier zu uns in den Urlaub fahren und alle sagen, hey, hab ich Ehre, bist du ein Heimischer? Was wäre denn das Wort des Geiges? Was wir könnten sagen? Äh. Äh. Seien wir dann vor, dass man nicht proben, denn dann nicht so gut muss, dass keiner versteht. Nein, nein, nein. Nein, nein, er sagt das Wort, heute gibt es, was sagen wir noch? Eigentlich gibt's Knälen und Gouda. Oder sagen wir, ich mache, also ich sage heute, meine Frau mag mir immer Morza Gouda. Und das heißt, Morza Gouda heißt viel Freude, Freude. Gell? So. Deswegen wird wahrscheinlich, denn im Mai ist ja immer ein Zillatang, dieses Gouda Fest, das wird wahrscheinlich Freudenfest heißen. Also da kommen dann alle professionellen Milchessen. Das sei einfach still. Also momentan kannst du wohl nicht eingereinsten Schlafas. So, ich schabe dir jetzt das hier so durch, siehst du, deswegen, das kann ich jetzt hier brennen. So, da sinkt man das Bett drin. So. Hast du die Pfanne schon geheizt für den Zwiebeln? Nein, weil ich jetzt... Oh Mann. Nein, oh Mann. Wie stresst sie her? Ja, sauber mal ein bisschen Butter bei den Fischen hier. Hier ist Butter, hier ist nicht nur Butter, hier ist Kerrigold. Aber nur ein bisschen. Kerrigold, hammergeil, Leute. Ist zwar teuer wie sauer. Der ist super weich. Moment, hat meine Kamera halt abgeschaltet. Moment, ich muss mal schauen. Nimmt das auch? Ja, ich glaube... Wisst ihr, Leute... Ja, geh mal besser schauen, bevor ich hier alles umsonst mache. Ah, hier tut es doch auf. Ja, ja, das nimmt schon ab. Wisst ihr, Leute, ich habe eine andere Kamera verkauft. Ja, weil wie viel Butter brauchst du denn? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Mann, wie... Heute geht es ja gar nicht. Ein bisschen von was? Heute bist du ja ein Lehrling hier heute. Ich meine, ein bisschen von der Fingerspitze ist ganz wenig. Ein bisschen von dem Berg kann viel sein. So. Also das ist für mich... Ja, ein bisschen so. Na, ich möchte jetzt auch mal meinen Cent dazu. Ein Pünktlischießer. So. Ja. Nein, irgendwo... Ja, eben die Kamera, die ich verkauft heute, das filme ich wieder im Futterbad. Kann sein, dass wir wieder ein paar Hacker drin haben, der schaltet nämlich immer auf einer bestimmten Menge aus. Und jetzt kommt die Oberfreude, Leute. Es wird zwar noch drei, vier Wochen dauern, aber ich habe hier eine neue Kamera gestellt oder ich kaufe diese. Und wenn die da kommt, kann man, hoffe ich, ein bisschen bessere Liederkolle kriegen. Wolle ich schon mal Holz, was soll ich denn haben? Dann hast du nicht mehr. Schenk mir mal den Holzklöpf. Warte, hier. Stell mal jeden... Ich hör mal unsere Arbeitsplätze an. Was soll denn das sein? Ja? Du hast es ja getrennt, das kann man zusammenschrauben. Da hat ja unser Sohn noch viel besser. Das ist ein ganz fortal. Aha. Ja, dann müssen wir es mal neu einkaufen. Bisschen umschlafen. Das ist ein Hot Flounder. Hast du auch ein bisschen abschütteln neu hin? Schau mal, die sind verrückt. Ja, lass mich mal hier. Fetzig, ja? Jetzt schau ich mal. Jetzt war mir die Soße. Lass mich jetzt ein fertiger Spätzlein hier. Das geht relativ schnell. Brauchst du denn Schwammlern an die Champignons auch noch klein gehackt? Nein, ja, nicht unbedingt. Kannst du aber, ja, ja. Ich mag's halt. Ich bin ja ein Gerachter-Kampfer. Kannst du auch guten Tags, Leute? Aber... Jetzt brauche ich halt zuerst noch Schminken hier nochmal. Lass mich das machen. Jetzt bin ich so gerne. Nein, jetzt... Das geht jetzt... Ja, was hast du mir jetzt hier zurückgeschackt? Das geht jetzt super mit ein bisschen Scharwappen. Klar, aus der Kammer. Schack! Und schack! Das ist jetzt eigentlich sensationell. Schluss. Gut. Das wird jetzt hier alles angebracht. Ja. Wie kann das Essen abbraten? Dann kann man jetzt wahrscheinlich die Schwammeln und zum Schluss kann man die normalen, oder? Ja, ganz zum Schluss, weil sonst... wird's nur Gatsch. 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 Auf Deutsch. So was ähnliches wie Matsch, glaube ich, Matsch. Ja, genau. Brauchst du dann noch den Barmestern gerascht zu geben? Ja, bitte. Ganz viel. Wie viel brauchst du? Alle. Dann schalten wir das ab. Was machst du denn da? Ach so, deine ganze Pfanne macht's lau. Ich hoffe, ihr könnt uns hören, Leute. Wir brauchen mal besser das Mikro. Äh... Ist das genug? Ja, rein mal. Ich muss auf den Schauben. Schauben. Schauen. Schauen. Ich danke deinen deutschen Schmerz. Reine, 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 da da da! Was siehst du dich das mal, das ist super. Man hat ja da wie geschwemmt. So, haus sie rein. Der Alice im Unterdach hat doch so gern Schwammlern gegessen, oder? Nein, das ist wohl Schwammlern. Doch, der hat doch immer Pilz gegessen, dann ist er gewachsen, aber schon. Oh, war das nicht was anderes? Nein, ich glaube das war der Alice. Nein, das war so eine Flasche. Ja. Aber irgendwas hat die auch mit Pilzen getan. Deswegen war ja immer ganz... Das ist sicher ein anderer auf jeden Fall. Ja, ich glaube ja, das war der Alice. Ja, mit Pilzen muss man auch essen. Da ist immer nur Leute, die Pilzen, was ihr kennt. So. Schau mal, wenn sie in diesem Barmessage... Musst du das eigentlich in den Hellschieben danach? Nein. Was denk ich mal? Ah, nein, das sind eure Karschmache. Hast du da genug? Ja, ich denke schon. Oder soll ich noch mehr? Wir haben noch einen Karten. Nein, zum Vorzeigen warst du ja schon. Aber ich will ja schon gut essen, nicht Vorzeigen. Ja. Brauchst du noch? Ja, ich kann das so nicht sagen. Okay. Schau mal, mit so einem riesen Schabel, da kann man so ein Dach bauen. Ja. Dann haben wir jetzt so. So, jetzt meine Tomatoes bitte. Bauch. Bauch. Super. War das alles? Das ist alles. So viel, wie du gesagt hast. Ja, ich habe immer eine ganze. Ich weiß, ich nehme es nicht so ernst. Ich nehme es nicht so ernst. Ja, ja, das denke ich. Ich bin ja auf der Büchel. Nicht so ernst. Mit der Menge nehme ich es nicht so genau. Ich nehme da meist nicht mehr. Das ist jeder Bier mag. So, bisschen Salz, bisschen besser. Ist das fast? Nein. 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 Nein heißt nein. Bitte schön. Soll ich das für den Pfeffer? Ja, bitte. Sagst du Stopp? Ja, ja. Stopp. Salz nach? Sagst du Stopp? Ja. Stopp? Ich meine nicht so viel. Verzeihung. Ja, brauchen wir auch nicht Leute, weil wir haben ja dann Käse drin. So, jetzt brauchst du bitte einen halben Liter Rahm. Halber Liter Rahm? Oh je. Das kann der eine da nicht kochen. Wie heißt der Koch, was man da hochzieht? Ich bin damals nicht der. Der Oliver. Ah ja, kochen mit Oliver. Der nimmt ja immer ab. Ja, der nimmt jetzt ja auch. Ja, ich weiß nicht. 40 Kilo ist 40 Kilo. Nein, aber ich weiß es nicht. Jetzt schaue ich nicht. Aber die Kochsendung, was wir jetzt immer schauen, da hast du ja vorhin angesprochen, ein Fox News sensationell geil. Wie heißt das denn? Chef. Chef. Das ist eine geile Sendung mehr. Die schaue ich voll gerne. Bisschen aber vegan nur noch. Und mit diesen Tellern immer ein bisschen langweilig für mich reinfahren. Aber sonst kochen ist super. Also von den Spatzlern da glaube ich, müsstest du das Video fünfmal schauen. Aber du schreibst eben auch rein. Ich schreibe das Rezept. Ich schreibe das Rezept. Nein, also wenn man das schaut, das schaut es euch mal an. Ja, man fragt, das ist immer wie zeigt. Echt super zu schauen. Aber wenn man das sieht, dann kommt man sich wirklich vor wie, dass man sich nicht mal selber ein Blut abrotten kann. Also was niederkochen, ja, ein Gewahrsinn. Aber die können keine Spinatspatzen. Aber das sind ja natürlich auch ganz andere Sachen. Aber das sind auch alles extreme Botenkörner. Also beruflich und so. Das ist super zu schauen. Und wenn man das dann sieht, wenn man reinbeißt. Dann kriegt man immer Hunger. Ja, dann kriegt man immer Hunger. Aber ist ja auch logisch. Ist dann haltetisch. Das ist ja auch, wenn man jetzt, oder wenn es da so Filme gibt mit so sechs Mädels, dann kriegt man ja auch. So ist das halt mit dem Essen. Das ist ja klar. Schreib mal hier aus. Schreib mal aus. So, die lassen wir jetzt ein bisschen kochen. Ich glaube, da nimmst du nicht mehr auf, oder? Nimmst du da noch auf in der Kamera? Jawohl, jawohl. Da nimmst du auf. Aber die habe ich verkehrt hingeschmalt. Das hätte mir schon mal passiert. Ich weiß nicht, ob ich deine Pfanne noch platze. Nein, deine Pfanne ist nicht mehr oben. Das habe ich jetzt verkackt. Jetzt sieht man nicht, was ich gemacht habe. Nein, ja, man sieht die Hälfte. Aber redet von Technik. Von Frauen, ja. Ja, ja, Technik. So, jetzt kommt es. Technik von Frauen, das passt nicht. Jetzt kommt ein bisschen Käse hier einmal rein. Ich möchte, dass du so viel. Aber nicht alles. Ja, die Hälfte. Warte, weißt du, hier ein bisschen. Mach das hier, so. Ja, aber ich brauche ja die Hitze, weil der Käse da rein schmelzt. Ja, was ist denn hier so? Aber ich mag lieber meine Platte hier. So, schau, das ist die Induktion. Dann haben wir sie sofort und schon ist die gleiche Hitze da. Auf der Sekunde. Ach, auf der Sekunde. Das ist Technik. Wenn da das kleine Feld hier nur ist. Das passt schon. Nein, nein. Braucht du noch mehr Käse? Ein bisschen noch. So, stopp. Der Käse, Michi. Kommt da noch. Was ist hier? Welche Hitze hier? Geht ja nichts weiter hier. Ja, du scheiße. Auch die falsche Platte. Erneut. Jetzt wird es gleich wieder mit den Spätzchen gehen. Hol schon mal die Fetzen. Die habe ich eh mitgenommen. Ich tue mir ein bisschen Käse. Ja, aber das brauche ich noch. Das kommt jetzt nicht mehr hier rein. Das kommt dann oben drüber. Schau mal, wie es da blubbert. Ich glaube, ein bisschen zu heiß. Ja, das kommt dann oben drüber. Passt mich mal in Ruhe hier. Du musst ja nimm da diese Kamera. Ich kann mich nicht da. Das tut man immer wieder abschalten. Ja, ich wiederhole. Das Video ist halt nicht nochmal hier. Nein. Nein, das schaltet ab. Das ist eine gesetzliche Bestimmung. Wie muss man das abschalten? Wegen der Steuer? So. Jetzt kommt diese Soße über die Spätzchen. Heller Löffel. Gehen wir weg da. Boah. Jetzt dachte ich schon, ich habe das nicht verletzt. So. Kommen die jetzt da rein? Jetzt kommen die da rein. Da rein. Warum hast du sie dann da rein? Ja, weil ich dachte, ich habe ein bisschen weniger gemacht. Mein Gott, Walter. Ich bin ja nicht der Walter. Ja, sei froh. So. Darf ich das drüber schütten? Bitte, bitte. Ja, dann schütt mal. Alles. Warte mal, nimmst du da über deine Kamera. Ja, bitte. Schau mal aus hier. So. Ja, aber nicht da rumplatschen. Nein, ich gieße das nur so. So, du könntest schon einen Trommelwirbel machen, bitte. Trommelwirbel. So. Hier ein bisschen auskratzen mit deinem tollen Schöpfer. Das nächste Mal hole ich mir den einen von unserem Sohn. So. Mal überhaupt den Leuten verraten, was wir bekommen haben. Ja. Wir wissen ja gar nicht, ob es ein Sohn oder ein Dürnchen ist. Ein Dürnchen. Was ist denn ein Dürnchen? Dürnchen. Dürnchen. Dürnl. Gitsch. Gitsch. Lädchen. Wir haben einen zweiten Sohn bekommen, Leute. Falls euch gerätselt habe. Wunderbar. Super ist das gelaufen, Leute. Super gelaufen, ja. Ja, ja. So. So. Und jetzt oben drüber den Käse. Ja, haben wir jetzt zu wenig, gell? Käse? Ich meine, ja, ja. Ja, ja. Soll ich schneiden, noch einen rein? Ja, musst du fast. Ja, natürlich. Ich hole ihn schon. So, und das war's. Wie lange waren wir jetzt dran? Ich habe gar nicht auf die Uhr geschickt. Ja, eigentlich noch kürzer wäre es gewesen, aber er erzählt ja immer seine Lebensgeschichten. Hast du jetzt von deinem schlimmen Drama erzählt? Nein, das kommt zu hell. Aha. Nein, natürlich, Leute, ihr müsst bei unseren Videos immer bergen, wenn ihr das zu Hause macht, ihr seid natürlich viel schneller, weil ihr einfach macht und das nicht immer erklärt oder redet. Aber dafür müsst ihr dann ja abwaschen, was wir hier nicht filmen. Also unsere Zeit, was wir hier kochen, sage ich euch immer, würdet ihr brauchen, wenn ihr danach alles wieder sauber geputzt habt. Ja, das trifft auf ihn nicht zu, weil ich immer aufräume. Ja, ihr müsst ja die Frau in der Küche. Ja. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich auch abräumen. Ja, das ist halt mal die, die, äh, das Gesetz. Das Gesetz der Natur. Jetzt tut mir leid, dass wir mal ein anderes sagen, nicht? Was denn? Ja, zum Beispiel, wer hat denn heute noch die Lampen rechnen? Hier ist mein Holzlöffel. Ich dachte, du meinst den Runden. Ja, den auch, aber das ist auch Holzlöffel. Natürlich ist der Holzholz. Ich habe wohl mal gesagt, dass du das Geschirr spürst. Du hast gar nichts gesagt. Ja, wer hat heute hier oben den Trafo ausgewechselt? Das ist der Trafo? Ja, eben. Du wüsstest ja nicht mehr, was das wäre. Oh, lieber. Ja. Das habe ich jetzt nur so gesagt, damit das wieder gescheit hier kommt. Bin ich. Und das jetzt so oben drüber? Oben drüber? Ja, bitte. Ich bin der 2. April, ich schneie. Hab das gern mit viel Käse. Hey, das ist einfach geil. Ich habe Gott sei Dank gute Gene, Leute. Ich muss nicht so auf die Figur schauen. Und diesen Teig hier wie bei den Käsespätzle. Bitte wieder mit kaltem Wasser waschen. Heute haben wir wirklich brutal gekocht. Heute hast du wirklich was zu tun hier beim Zusammenleben. Aber ich helfe dir und folge mich an. Ich würde sagen, super machst du das, Schatz. So. Wie bei der Geburt. Ich auch. Sagt er. Schatz, Schatz, super machst du es. Und alles was ich sage. Lass mich da stehen. Jedenfalls. Schau. Die Berühr. Die Berühr. Die Beruh. Nicht? Bist du soweit, Leute? Jetzt können wir dieses super Produkt kosten. Ich schwenke hier mal mit der Kamera so. Vielleicht ein bisschen ran schwenken. Sieht man das hier so schön? Ich glaube schon. So. Jetzt schalten wir die hier ab. Das brauchen wir nicht mehr. Hat es das jetzt aufgenommen? Woll. Ja. Jetzt brauchen wir noch ein Foto. Ja, dann hol mal schnell. Ja, habe ich alles gesagt? Jetzt mal hier mal Stopp, ob das überhaupt noch aufhängt. Ich weiß es nicht, ob es noch aufhängt. Ja, das wäre aber schlecht. Ja, ein Foto. Ach, ein Foto machen wir dann aus dem Film. So. Hier als Löffel. Ich bin super neugierig. Sollen wir es auf dem Teller schöpfen? Wie du willst. Schöpfen wir auf dem Teller, damit man sieht, wie das aussieht. Holst du mal schnell einen, bitte? Warte. Ich gebe mal schnell den Kerl ab. Nein, das ist... Oh, das ist jetzt... Da freue ich mich fest. Wir haben keine Größe, oder? So. Das schöpfen wir hier so schnell aus, damit man auch schön sieht, wie das aussieht. Hier noch mal Käse drüber. Jetzt noch mal ein Foto. Kurz und lang ist toll. Machen wir das mal so als Selfie. So. 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 Und jetzt kosten wir. Schaut es euch an, Leute. Seid sensationell. Das ist wirklich meiner Meinung nach das beste Gericht, was mein Schatz so kann. Und sie kann viel gut. Mh. 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 Ja, sagen wir besser 200 Gramm Tomat. Das passt gut so. Mh. Ja, ist gut so. Ich liebe einfach. Und die Spätzle, das flutscht einfach runter so. Auch wenn ihr beim Zahnarzt wart. Mh. Mh. Danach wünsche ich mir immer Spätzle, ist das ein super Essen. Oder wenn ihr Halsweh habt. Wenn ihr Halsweh habt, oder wo man nicht so schluckt, ist das einfach super. Mh. Mh. Es sieht auch farbig super aus mit den Schinken, den Champagner und den Tomaten und den Käse. Ein top harmonierendes Gericht. Wirklich super. Und das Gute ist, das kann man auch super schon vormittags zubereiten. Weil du kannst die Spätzle einzeln machen. Und die Soße, dann brauchst du am Abend nur noch die Soße aufheizen. Und über die Spätzle schütten und rühren. Das ist unglaublich. Ja, das geht. Das ist ein Gericht, was meiner Meinung nach jeder können sollte. Wirklich. Das ist ein Pflichtgericht meiner Meinung. Das muss man machen können. Das gehört zum Standardessen, was man können muss, weil das ist so sensationell geil. Das muss man essen. Man verpasst was im Leben, wenn man das nicht isst. Ist auch nicht teuer oder so sein. Ist gut. Nahrhaft. Meine Kinder mögen es. Das macht eigentlich jeder. Das ist echt super. Außer Vegetarier. Wenn man den Schinken weg lässt, dann ist es auch gut. Ich meine, weiß ich nicht. Es gibt ja schon so Dofuschinken. Dofuschinken. Oder hast du den ganz weg? Keine Ahnung. Wie ohne Schinken, das haben wir noch nie gemacht. Mh. 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 Perfect gemacht. Super gemacht. Ich muss die ja mal abladen. Echt super gemacht. Du bist super. Mh. 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 Danke fürs Zuschauen. Ich bin froh, dass wir wieder hier sind. Was da? Was los? Ja, ja. Die halt Frauen. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Dann wird es wieder ein kurzes Video. Übernächste Woche mit ein langes. So machen wir das in Zimmer. Das nächste Mal werde ich wohl nicht dabei sein. Na eben. Bei den kurzen mache ich dann immer nur so einen Steinblick. Wir brauchen mal ein bisschen frei. Von dem. Von mir frei. Ja, das stimmt. Wenn man zu viel Gutes hat, ist das auch nicht frei. Ja. Okay. Bitte nächste Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.